Earl of Plymouth ist ein äpplicher britischer Adelstitel, der zweimal in der Peerage of England und einmal in der Peerage of the United Kingdom verliehen wurde. Verleihungen Der Titel wurde erstmals am 28. Juli 1675 in der Peerage of England für Charles Fitzschalz geschaffen, einen unehelichen Sohn König Karls II. Die Verleihung erfolgte zusammen mit den nachgeordneten Titeln Viscount Totnes und Baron of Dartmouth. Die Titel erloschen bei seinem Tod am 17. Oktober 1680. In zweiter Verleihung wurde der Titel am 6. Dezember 1682 in der Peerage of England für Thomas Hickman Windsor 7. Baron Windsor neu geschaffen. Ihm war bereits am 16. Juni 1660 der seit dem 6. Dezember 1641 in Apeins befindliche Titel Baron Windsor of Stanwell in the County of Buckingham. Zugesprochen worden, der am 3. November 1529 in der Peerage of England bereits aufsammens seinem Vorfahren Sir Andrew Windsor verliehen worden war. Beim Tod des 6. Earls am 20. Juli 1833 fiel die Baronie Windsor in erneut in Apeins. Das Earl-Dom erlosch beim Tod des 8. Earls am 8. Dezember 1843. Die Apeins der Baronie Windsor wurde am 25. Oktober 1855 zugunsten von Harriet Windsor als 13. Baroness beendet. Deren Sohn Robert Windsor Clive XIV. Baron Windsor wurde am 18. Dezember 1905 in dritter Verleihung zum Earl of Plymouth erhoben. Zusammen mit dem Earl-Dom wurde ihm auch der nachgeordnete Titel Viscount Windsor of St. Fagans in the County of Glamorgan verliehen. Beide Titel gehören zur Peerage of the United Kingdom. Der voraussichtlicher Titelerbe führt den Höflichkeitstitel Viscount Windsor. Liste der Barone Windsor und Earls of Plymouth. Earls of Plymouth Erste Verleihung Charles Fitzschalz 1. Earl of Plymouth. Barone Windsor Andrew Windsor Erste Baron Windsor William Windsor 2. Baron Windsor Edward Windsor Dritte Baron Windsor Fred Eric Windsor 4. Baron Windsor Henry Windsor 5. Baron Windsor Thomas Windsor 6. Baron Windsor Thomas Hickman Windsor 7. Baron Windsor Earls of Plymouth Zweite Verleihung Thomas Hickman Windsor 1. Earl of Plymouth Siebte Baron Windsor Aar Windsor Zweite Earl of Plymouth Achte Baron Windsor Aar Windsor 3. Earl of Plymouth Neunte Baron Windsor Aar Windsor Vierte Earl of Plymouth 10. Baron Windsor Aar Windsor 5. Earl of Plymouth Elfte Baron Windsor Aar Windsor Sechste Earl of Plymouth 12. Baron Windsor Andrew Windsor 7. Earl of Plymouth Henry Windsor Achte Earl of Plymouth Barone Windsor, Harriet Windsor, 13. Baroness Windsor, Robert Windsor, Clive, 14. Baron Windsor, Earls of Plymouth, 3. Verleihung Robert Windsor, Clive, 1. Earl of Plymouth, Ivor Windsor, Clive, 2. Earl of Plymouth, Ivor Windsor, Clive, 3. Earl of Plymouth, Erb Arendt ist der Sohn des aktuellen Titelinhabers, Ivor Windsor, Clive, Viscount Windsor, Trivia, der unübliche Vorname, A-A-A, der traditionell häufig in der Familie verwendet wird, geht auf einen legendären sächsischen Vorfahren namens A-A oder A-A-A zurück.